Trotz eines neuen Allzeithochs im DAX mit über 18.000 Punkten haben die globalen Aktienmärkte in der vergangenen Woche auf hohem Niveau Luft geholt. Daran dürfte sich auch in dieser Woche wenig ändern. Denn mit der US-amerikanischen Federal Reserve und der Bank of Japan könnten gleich zwei Zentralbanken die Laune der Börsianer verderben. Entsprechend kläre ich heute mit dem Kapitellvorstand und Chefanlagestrategen Chris Oliver Schickentanz vor allem, was man tun sollte, wenn man bislang noch nicht bei der Aktienmarkt-Rallye dabei ist. Herr Schickentanz, in dieser Woche blicken die Anleger vor allem auf die USA. Die Federal Reserve trifft sich zu ihrer geldpolitischen Sitzung. Was erwarten Sie von den US-amerikanischen Währungshütern? Ehrlicherweise relativ wenig. Die Zeiten für Zinserhöhungen sind vorbei. Die Zeiten für Zinssenkungen dagegen sind noch nicht gekommen. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Federal Reserve, dass die US-amerikanische Notenbank die Zinsen unverändert belassen wird und auch an ihrem Wording relativ wenig ändern wird. Heißt, ihre zukünftigen Handlungen sind datenabhängig. Und die jüngsten Daten, die waren alles andere als erfreulich, weil sowohl die Verbraucherpreisinflation als auch die Erzeugerpreise im Februar erneut einen kleinen Satz nach oben getan haben. Welche Themen stehen in dieser Woche sonst noch auf ihrer Agenda? Noch einige weitere Notenbank-Sitzungen. Bereits morgen am Dienstag tagt die Bank of Japan. Und hier wird es spannend, denn Japan ist ja das einzige westliche Land, in dem es immer noch Negativzinsen gibt. Und das, obwohl die Inflation zuletzt deutlich angesprungen ist und auch die Lohnentwicklung sehr ordentlich ausfällt. Ich gehe nicht davon aus, dass die Bank of Japan bereits die Zinsen anheben wird. Sie wird aber für ihre nächste Sitzung im April ein sehr deutliches Signal geben, dass eben genau eine derartige geldpolitische Wende bevorsteht. Dann tagt noch die australische Notenbank, von der ich keine Zinsveränderung erwarte. Und am Donnerstag kommen noch die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone. Das sind ja wichtige konjunkturelle Frühindikatoren. Ein bisschen Licht gibt es hierzulande. Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe, sie dürfte sich zuletzt wieder etwas gebessert haben, während wir in unserem Nachbarland in Frankreich nach den deutlichen Stimmungsverbesserungen der letzten Monate wahrscheinlich einen leichten Rückschlag erleben werden. Summa summarum bedeutet das aber, dass die Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone leicht nach oben tendieren sollten und damit einen kleinen Hoffnungsschimmer andeuten. Die Punktewerte liegen allerdings noch immer unter der kritischen Marke von 50 Punkten. Geht die Atempause auf hohem Niveau weiter? Bleiben Sie also bei dem Bären? Oder sehen Sie frische Impulse für einen Wechsel ins optimistische Bullenlager? Für die laufende Woche bleibt es noch einmal beim pessimistischen Bären. Aber gar nicht so sehr, weil ich negativ in die Zukunft blicke und davon ausgehe, dass die Aktienmärkte spürbar einbrechen, sondern weil ich nach der wie an der Schnur gezogenen Rallye seit November schlichtweg davon ausgehe, dass die Atempause, die Konsolidierung auf hohem Niveau noch ein Stück weit anhalten wird. Das ist gesund und legt von daher den Boden für die nächste größere Aufwärtsbewegung. Was mache ich denn, wenn ich noch nicht in Aktien investiert bin? Abwarten? Nicht in Aktien investiert zu sein, ist eigentlich der größte Fehler, den ich bei der Geldanlage machen kann. Denn die Aktie ist auf lange Sicht das renditestärkste Anlageobjekt, das es gibt. Von daher sollte ich eben immer einen ordentlichen Anteil meines Vermögens in Aktien investiert haben. Wie viel? Das hängt natürlich von der persönlichen Risikoneigung ab. Das ändert aber natürlich nichts für den, der nicht in Aktien investiert ist. Jetzt alles auf eine Karte zu setzen und in einem großen Rutsch nahe der Allzeithochs in die Märkte zu investieren, halte ich für verkehrt. Andererseits noch länger zuzuwarten, kann auch gefährlich sein. Denn keiner weiß natürlich, ob die Atempause, ob die Konsolidierung an den Aktienmärkten vielleicht irgendwann auch mal zu einer Korrektur führt. Von daher wäre meine Empfehlung, sich zu überlegen, wie viel Geld möchte ich denn final in Aktien investiert haben und diesen Betrag dann in fünf oder sechs Tranchen einzuteilen und dann Monat für Monat eine dieser Tranchen in die Märkte zu investieren. Das macht mich ein Stück weit unabhängiger vom Investitionszeitpunkt und kopiert ein Stück weit die Idee eines monatlichen Wertpapiersparplans. In Summe bekomme ich so einen attraktiven Einstiegszeitpunkt und kann mir eben die Renditefähigkeit von Aktien auch auf lange Sicht sichern. Vielen Dank, Herr Schickentanz und Ihnen alles Gute bis zum nächsten Montag.